So liebe Leute, ich darf euch heute nochmal ein Deck vorstellen, weil der Blackie mich drum gebeten hat. Und zwar nehmen wir uns heute Ube Delva vor. Und zwar dem dollen Dude. Der hat jetzt auch ein Reprint bekommen, das ist aber nicht der Hintergrund davon, sondern der Hintergrund davon ist, dass ich damit jetzt neulich bei uns in der Fischkrieg Series mal mitgespielt hatte, damit er auch relativ gut gefahren war. Und anscheinend auch ein paar Kommentare unter dem Gameplay waren. Und jetzt wollte ich euch das einfach mal zeigen. Mama mal los, ne? Ja, wie man schon gehört hat, Ube Delva. Dementsprechend Ube, Duel, Underground Sea. Hier in der Liste zwei Stück. Man kann auch drei spielen und dann spielt man Fettschland weniger oder Basic weniger, aber ich hab jetzt einfach mal zwei, weil ich zwei hab. Machen wir weiter, weil man so schöne Mana Base hat, kann man dann auch einfach Basic Lands spielen. Davon dann zum Beispiel zwei Inseln und die Parallele dazu zwei Swamps. Sehr unspektakulär bis jetzt. Sechsländer, dann haben wir dazu dann noch das Polluted Delta und zwar viermal an der Zahl. Sollte eigentlich jeder kennen. Sucht einen Sumpf oder eine Insel für Leben und Opfern. Ist halt einfach viermal drin, weil das das Fettschland ist, was die Farbe unterstützt und weil es auch die Farbe unterstützt und wir relativ viele Basics haben mit vier Stück. Ja, relativ viel halt, ne? Haben wir hier unser Prismatic Vista Eimer drin. Einfach als Fettschland für auf Basic Lands. Quasi unter unser fünftes Polluted Delta. Und dann haben wir noch eine Anzahl von zwei Blaufettsches. In dem Fall jetzt zum Beispiel Misty Rainforest für den Skullington und ein Bloodstained Mire als ein Schwarzfettsch, damit wir noch zusätzlich auf den Sumpfettschen können. Abgerundet wird das Ganze viermal von Wasteland. Und ja, ist so viel schon zur Mana-Basis. Das ging jetzt aber fix. Nach der Mana-Base kommen wir dann jetzt einfach mal zu den Kreaturen. Da spielen wir viermal die namensgebende Karte, hier in Form von meinen gealterten Checkkarten, den Delver of Secrets. Einmal hier, bitte in Original. Ist ja 1-1 Human Wizard für ein Mana und der flippt, also Bingham's Up Keeps, triggert der. Dann kann man eine Instant oder Sorcery zeigen, dann flippt der. Also transformt. Und dann wird der ein 3-2er Flieger. Es ist halt wenigstens ein Delver-Deck, was noch vier Delver spielt. Also ich frage mich, naja. Gut, kommen wir zur schwarzen Kreatur. Und zwar der einzigsten schwarzen Kreatur in diesem Deck. Dautivoid Borca. Und den auch viermal. Ein nice-setter Dude mit zwei schwarzen 3-2 Doughty Rook mit Shadow. Das heißt, der ist quasi unblockbar, außer eine andere Kreatur mit Shadow liegt, weil der kann nur Kreaturen mit Shadow blocken und kann auch nur von Kreaturen mit Shadow geblockt werden. Das heißt, es ist ein 2-Mann-3-2er, der ziemlich gut durchkommt. Dazu hat er noch den Pasis, dass wenn eine Karte beim Gegner von irgendwo in den Friedhof kommt, wird die stattdessen exilt, mit einer Void-Counter drauf. Wichtig. Denn wir können den ganzen Dude auch tappen und opfern. Und eine exilte Karte eines Gegners mit einer Void-Marke drauf spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Wer das Gameplay gesehen hat, Ube Delver kann auch Emrakul spielen. Passiert damit halt mal. Und es ist halt, wie gesagt, ein Mainboard-Greyfade, der ein sehr guter Buddy ist und halt sehr gut durchkommt. Deswegen ist er einfach drin bei Unfall halt einfach, der Effekt ist halt einfach Sahne. Der ist geil. Da wir bis jetzt so eher leicht zu removende Kreaturen haben, packen wir dann noch zweimal den True Name Nemesis da rein, als Mehrfolk Rogue. Für drei Mana, drei Eins. Ja, wenn der ins Spiel kommt, wählt man halt einen Spieler und der hat Schutz vor dem Spieler. Das heißt, Removal wird schwierig, außer das Mass Removal oder Terminus. Ja, ist halt einfach nur ein sehr guter Block. Also ich meine, wenn man sich mit Legacy auseinandersetzt oder generell mit Magic, kennt man den eigentlich. Und dann kommt noch dreimal das dicke Ding aus dem Sumpf. Den Murktide Regent. Oder Trübwasserregent. Dreimal. Ist als Sieben-Mana-3-3-Flieger mit Delph jetzt nicht so impressive, aber... Ah ja, der andere Passus ist halt, wenn der ins Spielfeld kommt, bekommt der Plus-Feed, Instant-Other-Sorcery, die mit dem gedelft wurde, eine Plus-1-Plus-1-Marke. Das heißt, er ist potenziell 8-8. Ist auch schon des Öfteren passiert. Und immer wenn Instant-Other-Sorcery mein Grave verlässt, bekommt er auch nochmal eine Plus-1-Bus-1-Marke. Bedeutet im Endeffekt, wenn du den zweiten spielst, kann der halt auch mal Plus-5-Plus-5 bekommen, wenn alles gut läuft. Ist halt hier einfach nur als Late-Game-Hitter, Beater, schweres Fliegevieh drin, was definitiv besser ist als zum Beispiel Tombstalker. Weil man hier drin, wie man bis jetzt sieht, auch eigentlich eher auf Doppelblau geht. Außer man will frühen Dauntie droppen. Das war zu weit jetzt von den Kreaturen. Gehen wir mal zum Rest vom Fest. Oder alles, was Instant-Other-Sorcery ist, weil was anderes ist in dem Deck nicht drin, wenn ich jetzt so ganz doof gucke. Wir sind blau, wir sind elber Deck. Spielen wir halt mal vier Force-Aufüll. Sollte jeder kennen. Kostet fünf Mana, kann Counter-Target-Spell oder mal bezahlt halt ein Leben und exalt eine blaue Karte von der Hand. Ist halt gut und hübsch. Zu dem vierten Force gesellt sich dann das fünfte Force in Formos von Force of Negation. Hier einmal im Mainboard. Für zwei blaue und ein farbloses Counted-Man-Nicht-Kreaturen-Spell. Der wird exiled, anstatt in den Friedhof gelegt zu werden. Und den Gegner zu kann man halt auch eine blaue Karte von der Hand entfernen und den spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Verliert aber kein Leben dabei. Dann kommen wir mal zum kontroversesten Counter-Spell dieser Zeit. Days. Hier dann natürlich auch viermal drin. Für zwei Mana countert man ein Spell. Außer der Beherrscher zahlt ein. Oder man nimmt halt eine Insel auf die Hand zurück und muss dann die Mana-Kosten nicht zu bezahlen. Ist an sich auch ein sehr, sehr guter Spell. Gerade wenn man den Dort-Heat früh droppen will oder den Delver droppen will und den Protecten will, ist das eigentlich so ein sehr, sehr gutes Ding. Gerade auch zum Beispiel mit den Underground Sea. Dann bekommen wir mal zum Übergang zu den Removalen. Und zwar mit Drown in the Loch. Für ein schwarzes und ein blaues Instant mit Choose One. Entweder, äh, die Counter hat mal ein Spell mit CMC, Entschuldigung, Mana-Value. Gleich oder weniger der Anzahl an Karten im Friedhof des Spielers. Oder denselben Passus mit Zerstören. Also wenn man zerstört, eine Kreatur mit Mana-Value. Gleich oder weniger Anzahl an Karten im Friedhof von diesem Spieler. Ja, ist halt hier in dem Moment einfach nur Versil, kann beides. Und ja, ist dann halt auch immer mal gut als Removal oder als Counter oder als Pitch. Ist eigentlich immer eine gute Karte. So, da haben wir gerade schon bei dem Removalen waren. Aber noch den Fatal Push. Den spielen wir hier drin dann dreimal. Sollte auch jeder kennen eigentlich ein schwarzes, ein Instant. Man zerstört eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder less. Mana-Value. Oder ein Hard-Revolt. Dann kann man vier oder weniger zerstören. Ist halt hier dreimal drin. Einfach als Mana-Zerstörer. Um kleine Sachen wegzubekommen. Oder nervige Sachen. Wie Flieger zum Beispiel. Dann, um vielleicht auch mal was Größeres wegzubekommen, haben wir hier einmal ein Dismember drin. Einfach für zwei schwarze und farbloses. Oder vier Leben und ein farbloses. Oder zwei Leben schwarzes und farbloses. Ich glaube, das waren alle Möglichkeiten. Bekommt eine Kreatur minus 5, minus 5 bis zum Ende zu. Es ist halt zum Beispiel auch dafür da, um gegnerische Merktide-Regions wegzukriegen. Weil, ja klar, die sind manchmal auch einfach mal 8-8. Aber damit schrinken die halt auf 3-3. So. Damit hätten wir das. Das war auch alles an Removal. Ein bisschen wenig, sehe ich gerade. Na, egal. Spiel mal noch Stifle. Stifle einfach als Vor-Auf hier drin. Als sehr versile, sehr gute Karte. Ich habe sie schon im Urherr Monoglue Delver angepriesen wie warme Semmeln, weil es halt einfach eine geile Karte ist. Punkt. Für ein Blau ist ein Instant. Man countert eine aktivierte oder getriggerte Fähigkeit, die keine Mana-Fähigkeit ist. Weil Mana-Fähigkeiten gehen ja nicht auf den Stack. Heißt, Fett-Schlender-Countern, Plattewalk-Aktivierung-Countern, Stoneforge-Aktivierung-Countern, den ETB von einem von den neuen Evoque-Elementals-Countern, aber bitte nicht den Evoque-Trigger-Countern. Das wäre ein bisschen schlecht. Ja, und ein paar Sachen kann man damit wirklich sehr gut machen. Und gerade halt der Passus mit dem Fähigkeit-Countern ist halt, Gegner bezahlt ein Leben und schmeißt ein Land weg und sucht sich kein neues Land. Ist immer wieder schön. Auch eine im Endeffekt versile Karte. Vorziehs. Wer kennt sie nicht? Fünf schwarze ist eine Sorcery. Der Gegner zeigt seine Hand vor. Du willst eine nicht langen Karte davon. Der Gegner hat diskartet die und du verlierst zwei Leben. Zweimal einfach als ein bisschen Kontrollelement noch hier drin. Und gerade mit dem Doughty, den wir eben gesehen haben, halt schon echt geil. Also, so ein Emrakul damit wegzuschmeißen, ich kann euch das Video nur empfehlen. Als kleinen Discard haben wir noch eine Inquisition of Kozilek. Das ist ein schwarzer Sorcery. So, bis jetzt gleich. Und der Spieler zeigt auch seine Hand vor, aber du wählst halt nur eine Karte mit. Convert-Mana kostet three or less, die kein Land ist. Ja, und der Spieler-Discard geht dann halt auch wieder. Ist halt einfach nur als anderer Discard drin, weil Forzis halt auch die zwei Leben kostet, weil dann in Summe, wenn du drei Forzis dran hast, schon sechs sind. Und meistens macht die Inquisition genau dasselbe. In sehr vielen Fällen zumindest. Und mal da halt auch einfach einen anderen Angle of Attack reinzukriegen auch. Und weil die Karte, wenn man mal eine Surgical frisst, halt immer noch im Deck bleibt. Ja, und dann sind wir immer noch ein blaues Deck. Das heißt, Good Old Brainstorm, viermal. Zu der Karte brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Und dann haben wir noch Good Old Ponder. Viermal. Steht ja drauf, was sie kann. So, nachdem wir jetzt am Mainboard abgefrühstückt haben mit unseren ganzen Creature, Instant Sorceries, Lendern, tralala, gucken wir uns dann mal das Sideboard an. Sideboard, der fängt mit dem Klassiker an. Wir brauchen Grave-Dart-Hate, wir wollen keine Leyline spielen, wir spielen schwarz, also spielen wir Surgical Extraction. Vom Rixle-Mana wählst du eine Nicht-Standard-Landkarte beim Gegner im Friedhof, du suchst die Library, den Grave und die Hand danach und exilst die. Danach darf der auch noch shuffeln, also ist schon fair. Könnte auch zum Beispiel ein XT-Paid sein, aber gerade in Delver-Listen oder generell in relativ schnellen Listen ist die Surgical halt einfach besser. Dann fangen wir schon mal an, Zeug loszubekommen. Auch ein bisschen wie Sila dann, mit der Engineered Explosive. Für X mit Sunburst, also bekommt mit X Marken ins Spiel, wobei X die verschiedene Mana-Farben sind, für die die gecastet wurde. Und zwei Mana-Opfern und jedes Non-Land-Permanent mit den Kosten equal to the number of counters werden zerstört. Ist hier drin halt einfach als Mass-Remove wirklich gedacht. Es kann maximal zwei werden mit Sunburst. Ist ein bisschen schlecht, geht aber hauptsächlich gegen Kreaturen mit Null-Mana-Kosten wie Token und Einser-Mana-Kosten. Zumindest bei uns in der Meta. Deswegen war sie auch drin. Eine relativ neue Karte auch. Sudden Eeked, weil Lilianas Triumph ist langweilig geworden. Für ein schwarzes und ein farbloses Instant mit Split-Second. Heißt, alles außer einen Trigger auf den Stack setzen ist nicht drin. Und man darf eine Kreatur opfern. Bringt zum Beispiel gegen Marit Lage den Vorteil, der Gegner kann sich keine Drive fetchen oder man kann darauf besser reagieren, dass er zum Beispiel was in eine Kreatur noch reinflaschen will. Und manchmal halt auch gegen Show und Tell oder so, die nur eine fette Kreatur spielen. Ja, einfach ein super Ding und der kann halt auch nicht gecountert werden. Außer eine Counterbalance liegt und die deckt eine 2 auf. Aber die meisten Decks, gegen die das relevant ist, machen dann einfach nicht. Kreaturen loswerden. Kommt man dem guten Dude auch nicht mehr vorbei. Plague Engineer. Sollte eigentlich jeder kennen. 3-Mana-2-2-Carrier mit Death Touch. Wenn in den Spielquell kommt, wählt man einen Kreaturen-Typ und die Kreaturen des Gegners von diesem Typ kommen die ins 1-1. Hauptsächlich drin gegen Death in Texas. Hauptsächlich drin gegen Elfen. Hauptsächlich drin gegen Goblins. Bei uns manchmal, je nachdem, wer welche Liste spielt, sogar drin gegen Monks. Aber an sich halt einfach eine wirkliche gute Sideboard-Karte, die ich am liebsten auch einmal Main spielen würde. Aber Platz. Dafür müsste Mercdite gehen. Theoretisch. Das könnte man mal probieren. Haben wir den zweimal. Dann fangen wir mal mit weiterer Destruction an. Und Counter-Magic. Einmal Hydroblast. Weil wir spielen Blau. Bei uns ist eine relativ rote Mode. Meta. Da kann man die gut benutzen. Für ein Blaues. Ein Instant. Der permanent zerstört. Wenn es Blaues. Oder ein Spell countert. Wenn er Blau ist. Dieser Wenn-Pasus ist manchmal gut. Manchmal schlecht. Der kann halt mit Misdirection umgelenkt werden. Den kann man aber dann halt auch einfach mal so in Blaue reinspielen. Das Blaue. Und ja, ist halt einfach nur als Removal und als Counterspell gedacht. Gegen Pyroblast zum Beispiel. Also das rote Pendant dazu. Oder halt wirklich gegen Kreaturen. Weil bei uns ist Burn eine Seuche. Ja, weil Burn eine Seuche ist, spielt man halt einfach noch die ältere Version davon. Den Blue Elemental Blast. Der countert halt einen roten Spell. Oder zerstört einen roten Spell für den Blaues. Als Instant. Der hat halt diesen May-Pasus nicht drin. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Aber der Split ist halt zum Beispiel einfach drin. Damit man den mit Certical picken kann. Als Gegner. Und alles rausräumt, was in die Richtung geht als Removal oder Counter. Wir hatten es schon einmal dreimal angezeigt. Wir haben ja einen Force of Negation im Sideboard. Also insgesamt sind zwei im Deck, wenn man boarden will. Könnte theoretisch auch ein Flusterstorm sein zum Beispiel. Aber hier ist halt einfach das Force of Negation jetzt. Hattest du eben schon mal dazu gesagt. Brauche ich eigentlich nicht zu viel zu sagen. Ist halt einfach nur ein Spell, der reinkommt. Zum Beispiel gegen Kombo. Weil halt nicht Creature Spell. Ja. Ist halt die Frage, was man dann. Oder was man von dem Meta findet. Dann. Haben wir noch unsere wunderschöne Narset. Partner of Wales. Planeswalker für zwei Blau und ein Farbloses mit fünf Loyalty. Der Gegner kann keine zusätzlichen Karten mehr ziehen. Also eine Karte. Und dann ist Schluss. Und für minus zwei gucken wir uns die obersten vier an. Und nehmen eine Nicht-Creature, Nicht-Land-Karte auf die Hand. Und den Rest legen wir randomized drunter. Ist eigentlich ein super Tier. Und die ist auch noch wunderschön. Nicht nur als Karte, sondern auch als Mathe. Also. Ist echt hübsch, die Frau. Da bei uns manchmal eine Menge Artefakt rumläuft. Oder Devin Tax ist, was im Endeffekt auch Artefakt ist. Spielen wir einfach mal zwei Null Rod. Ja, Null Rod. Artefakt. Für zwei Farblose. Player können die aktivierbaren Effekte von Artefakten nicht aktivieren. Ja, setzt halt Equipment-Effekte aus. Setzt Dice Factory aus. Setzt verschiedenste Sachen aus. Lotus Petal zum Beispiel. Artefaktländer von Affinity zum Beispiel. Oder die Moxe von Affinity. Und ist halt da einfach echt ein gutes Tier. Und da ist halt auch wieder der Meta entscheidbar. Bei uns kommen einfach zwei rein. Und weil man Artefakte nicht mag, nimmt man auch einfach einen Energy Flux. Was für ein Blaus und zwei Farblose. Ein Enchantment. Und Artefakte bekommen zu Beginn des Upkeeps muss man das opfern. Außer man bezahlt zwei. Was halt gegen Decks, die viele Artefakte spielen. Die entweder auslockt, weil sie Artefakte nicht verlieren wollen. Und die deswegen die Mana-Kosten bezahlen. Die Kosten bezahlen. Oder ja. Die opfern halt alles weg, weil sie es eh nicht können. Das ist halt auch nicht so schlecht. Aber einfach als Artefakt-Hate. Als Equipment-Hate. Das sind ja auch Artefakte. Und ja, einfach als zusätzlicher Passus da. So. Dann. Brauchen wir noch am besten noch irgendwie was zum Bouncen. Weil er aber auch die Schnauze hauen kann. Nehmen wir einen Brazen Burrow. Als Pettifest für zwei Mana eine Instant, die nicht lang permanent ist, auf die Hand zurückbringt. Und dann kann man den immer noch als drei Einser für drei Mana spielen mit Flash Flying. Der aber nur Kreaturen mit Fliegen blocken kann. Zum Glück fliegt er meistens nur wegen Marit Lage in der Deck. Dann kann er halt beides. Ja. Ist halt einfach eine gute Karte. Gegen manche Decks kann man die halt einfach reinnehmen. Hat er noch einen zusätzlichen Blocker. Weil je nachdem gegen welches Deck ist dann halt auch immer wichtig, dass man den Gegner in dem Einzug interruptet. Und dann auch noch direkt einen Blocker hinterherlegen kann. Ja, ist halt einfach eine gute Karte. Und wenn wir auch bei guten Karten sind, dann nehmen wir auch eine schöne Karte. Dann nehmen wir einfach Karagas. Ist halt bei uns auch sehr gut, wenn ein bisschen viel Talia rumläuft. Und Shontail ist ein Ding. Und ja, macht ein Weißes. Das heißt, theoretisch bekommen wir unsere Ingenierte Explosive. Je nachdem, wie wir in Borden sogar auf drei. Oder wir schicken eine legendäre Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück. Was halt zum Beispiel gegen Besagten Maret Lage hilft. Oder halt gegen Talia. Das soweit zu UBDL war. Ich spiele da Deck eigentlich nur, weil ich eine Liste gesehen hatte. Den Dauti schon immer relativ geil fand. Oder witzig. Und jetzt finde ich ihn geil. Und ja, ist halt mal eine Art anderes als die UR-Listen, die die ganze Zeit rumrennen. Vor allen Dingen, wenn man keinen Ragavan spielen will oder spielen kann. Weil das Scheißding einfach schweineteuer ist. Und hoffentlich auch bald einfach ein Banning erfährt. Oder schon erfahren hat. Je nachdem, wann dieses Video hier so rauskommt. Also, wenn es ein bisschen früher ist. Oder ein bisschen später. Ja. Und ansonsten ist ein schönes Deck. Lässt sich super spielen. Die Symbiose aus Discard und Counter funktioniert auch sehr gut. Gameplay dazu gibt es ja. Halt gegen Show & Tell. Waren witzige Runden. Generell war das Turnier damit auch sehr, sehr witzig. Und hat einfach Spaß gemacht, das Deck. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Blacky muss mich nur mit der Nase draufstoßen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Gameplay. Ciao. Wow. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020